Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil meiner Zirwirkreihe. Ich bin euch ja noch schuldig, wie man ein Reh unter sieben Minuten aus der Decke schlägt und grob zerwirkt. Das werden wir jetzt heute dann gleich machen. Zunächst möchte ich aber mich ganz herzlich bei euch bedanken. Der erste Teil war bis jetzt ein riesen Erfolg für mich. Ich danke euch für die zahlreichen tollen Kommentare die ihr da gelassen habt. Und so wie es ausschaut werde ich bis das Video online geht die 2000 Abonnenten voll haben. Das heißt zum Ende vom Video werde ich dann auch noch die Preise an euch ausgeben. Also bleibt unbedingt dran bis zum Schluss und schaut wer er gewonnen hat. Jetzt würde ich aber erstmal sagen kümmern wir uns mal um das Reh. Im ersten Teil, den verlinke ich euch gleich mal hier oben, habt ihr schon gesehen wie man ein Reh zerwirken kann wenn es so da hängt. Jetzt werden wir den Spießen mal umdrehen und werden das ganze ein bisschen anders da aufziehen. So wie gesagt normal müsste das Haupt dran sein. Ich habe mich da ein bisschen drum bemüht, dass ich das auch so hinbringe ohne dass es Haupt dran ist. Zunächst mir einen großen Haken hier drunter durch. Anschließend hänge ich das gute Stück mit dem Träger nach oben auf. Zur Absicherung und Stabilisierung kann man dann zweiten Haken mit dran machen. Im Unterschied zur konventionellen Methode fange ich jetzt hinten am Weitloch an. Ich schneide mir hier die Decke ein bisschen ein. Wirklich klasse ist hier dieses Aufbrech- und Gegrößenmesser von der Firma Landek. Das ist hier auf einer Seite stumpf und auf der anderen scharfkampig. Mit dem fahre ich jetzt einfach zwischen Decke und Rücken einmal entlang nach oben. Und ihr seht schon, das geht wirklich ratz-ratz. Anschließend nehme ich ein normales Messer und löse hier am Träger ein bisschen die Decke ab. Und ziehe jetzt hier. Hier müssen wir ein kleines bisschen einschneiden. Ansonsten ruckzuck die Decke runter. Dort wo es hängt, helfe ich ein kleines bisschen nach, aber man sieht schon, das geht wirklich butterreich. Einmal. Und das wird das. Alles wird's kommt. Dann riden wir das, das geht wirklich gut. Als ich nach ganz einfach auch mit dem Nassauhä Lena gehört. Dann weg eine Kabel. Dann Давай해 ich nach, ich werde das. Okay, jetzt raus. Dann weg und rein. Das geht und weg. Eine Kabel. Und dann weg. Wenn das mehr Kabel oder so mal geht. Ich hole das. Dann weg. Dann weg. Und wenn du wirst. Das ist ein Häutchen. Jetzt drehen wir das Ganze jetzt bloß um. Hier wieder die Schultern. Einmal. Zweimal. 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 Keule 1. Zweimal. 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 Das schaut nicht schön aus, das machen wir gleich weg. Das schaut nicht so gut aus, das macht es nicht so gut aus. Okay. Und Nummer 2. So, wie ihr jetzt gesehen habt, das ist wirklich keine große Kunst. Ein bisschen Übung gehört natürlich dazu. Ihr braucht auch nicht unbedingt das Aufbrech- und Gegröße-Messer. Ich muss sagen, ich habe es früher auch anders gemacht. Allerdings habe ich mir dann oft einmal den Rücken reingeschnitten. Mit dem Messer jetzt absolut genial. Man verletzt das Fleisch nicht mehr. Es geht wunderbar einfach zum Durchziehen. Ist eine tolle Sache. Das wäre es jetzt soweit zum Thema Rätseling. Jetzt würde ich sagen, schauen wir, wer die drei Geschenke bekommt. Ja Leute, ich kann es noch gar nicht so recht glauben. Aber seit heute Nachmittag sind die 2000 Abonnenten voll. Ich freue mich riesig. Das hat jetzt wirklich schneller funktioniert, wie ich gemeint habe. Dafür auf jeden Fall schon mal ein herzliches Dankeschön. Bevor wir jetzt an die Verlosung von den Preisen kommen, möchte ich euch noch kurz sagen, momentan ist es eine schwierige Phase für viele von uns. Und aus dem Grund habe ich mir jetzt nicht Gedanken gemacht. Und beim Durchsortieren von meinen Sachen sind mir einige Teile jetzt wieder in die Hände gefallen, die ich jetzt eigentlich normalerweise weiterverkaufen würde. Aber da es der ein oder andere da draußen sicherlich nicht leicht hat und viele jetzt vor Investitionen oder sonst was zurückschrecken, möchte ich das einfach so machen, dass ich das Zeug dann nach jedem Video an euch weitergebe. Sei es durch eine Verlosung, sei es dadurch, dass ich mir einzelne Kommentare rauspick, die mir gut gefallen oder von den Leuten, wo ich meine, die könnten es vielleicht brauchen. Es sind wirklich coole Sachen dabei. Also bleibt unbedingt am Ball. Abonnieren drücken, auch auf die Glocke unten neben dem Abo-Button, dass über jedes Video Bescheid wisst. Und vielleicht wird mir ein bisschen Glück, ein kleines Päckchen dann demnächst bei euch eingehen. So, jetzt würde ich aber sagen, kümmern wir uns mal um das von heute noch. Wir haben immer noch unsere drei coolen Preise vom letzten Video zu vergeben. Normalerweise hätte jetzt meine kleine Tochter für mich einen Kommentar mit rausgesucht, aber die ist jetzt leider schon eingeschlafen. Wir sind jetzt ein bisschen später heimgekommen. Aus dem Grund habe ich mir jetzt ein Programm rausgesucht, das heißt Comment Picker. Und das wird für mich jetzt die Gewinner ermitteln. So, ich habe jetzt alles eingeben, was notwendig ist. Jetzt sucht es für mich die ganzen Kommentare durch. So, jetzt hat jetzt alles durchgefiltert. Und dann schauen wir mal. Zuerst den Gewinner von der Schürze. Da hätten wir Peter Käsel. Herzlichen Glückwunsch, Peter. Es wäre jetzt ganz nett, wenn du mir deine Daten per E-Mail zukommen lässt. Die E-Mail-Adresse blende ich unten nochmal ein. Die findest du dann auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Für dich hier schon mal mache ich das erste Paket fertig. Und du darfst dich die nächsten Tage über die tolle Schürze freuen. So, weiter geht's mit dem Wildspreizer. Drücken wir den Start. Luxon 125. Auch dir herzlichen Glückwunsch. Bitte kurze Mail. Und dann macht sich der Wildspreizer auf den Weg zu dir. Die Spannung steigt. Jetzt kommt das Messerset. Pick another winner. And the winner is... Jonas Meiner. Ja, lieber Jonas. Dir viel Spaß mit dem Messerset. Herzlichen Glückwunsch euch dreien nochmal. Schickt mir eure Adressdaten an die unten eingeblendete E-Mail-Adresse. Dann geht das Ganze die nächsten Tage auf die Reise. Für alle anderen, bleibt's am Ball. Drückt's auf Abonnieren, auf die Glocke. Dann kriegt's alles mit, was demnächst noch rausgeht. Ich wünsche euch gutes Durchhalten dieser nicht ganz so einfachen Zeit. Bleibt's gesund. Viel Erfolg auf der Jagd. Macht's das gut. Und bis demnächst. Servus. Bis zum nächsten Mal.